Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen PC-Tipp-Video. Apples Cloud-Lösung, die iCloud, hat auf ihrem Webinterface ein totales Redesign erfahren. Alles ist jetzt bunt, alles ist komplett anders angeordnet, alles ist 100%ig customizable, das heißt, ihr könnt es euch so einrichten, wie es euch am besten gefällt. In diesem Video zeigen wir euch die besten neuen Features und die praktischen Designmöglichkeiten, die iCloud jetzt bietet. So, und ich zeige euch jetzt hier mal die neue iCloud und ihr seht schon, schon die Startseite hat sich verändert. Es ist alles viel bunter, es hat diese Avatare hier schon zum Start, aber wenn man sich anmeldet, sieht es nochmal komplett anders aus und das werden wir jetzt mal tun. Neuerung Nummer 1 ist obviously gut sichtbar, hier das komplett neue Design. Also ihr seht, diese grauen Balken mit diesen altbackenen Menüs sind eigentlich alle weg. Wir haben hier so eine Art interaktiven Desktop, der aus verschiedenen Elementen aus dem bekannten MacOS-IOS-Universum besteht. Das ist eigentlich schon rein optisch eigentlich die grösste Neuerung, die iCloud bietet. Erkenntnis Nummer 2 ist nicht nur ein neues Design, es ist auch, wie ich es vorher gesagt habe, ein interaktives Element dazu gekommen. Ihr könnt nämlich direkt diese ganzen Elemente jetzt ansteuern. Also wenn ihr beispielsweise sagt, ja Mail, dann gibt es einfach einen Doppelklick und dann kommt ihr in euren iCloud-Mail-Account oder einfach jedenfalls in die Inbox, die ihr halt über Apples Mail-Programm eingerichtet habt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Drive oder für Fotos. Fotos mache ich jetzt lieber nicht auf. Schont mich und auch euch oder halt auch einfach die Notizen. Und das ist wirklich ziemlich praktisch, denn man braucht eigentlich quasi die Oberfläche nicht mehr. Also man könnte theoretisch den Alltag, den Büroalltag, was macOS betrifft, könnte man hier fast eigentlich nur in der iCloud schon bewältigen. Neuerung Nummer 3. Eine Neuerung, die mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass eigentlich Desktop und dieses Webinterface zusammenarbeiten. Wenn ihr beispielsweise hier jetzt auf Drive geht und dann habt ihr hier die ganzen Dateien natürlich, dann könnt ihr hier irgendwas auswählen und dann oben auf diese kleine Wolke klicken und dann könnt ihr das Foto oder die Datei, was auch immer ihr da markiert habt, direkt auf euren PC oder auf euren Mac herunterladen. Der Vorteil dabei ist, besonders für Windows-User, dass ihr nicht mehr dieses iCloud-for-Windows-Programm braucht, weil das ist meiner Meinung nach ziemlich buggy und eigentlich nicht so zuverlässig. Dem wird hier entgegengewirkt, sehr praktisch, sehr nice, nimmt auch keinen Speicher weg. Synchronisiert, prima, alles super. Erkenntnis Nummer 4. Diese ganze Oberfläche ist eigentlich komplett customizable, wie es auf Neudeutsch heißt. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, dass es hier Drive ist und hier Mail und so weiter, sondern ihr könnt eigentlich hier einfach runter scrollen, auf Homepage anpassen und dann könnt ihr beispielsweise Kacheln hinzufügen. Also beispielsweise hier Pages haben wir jetzt hier nirgends. Können wir draufklicken und dann kommt eine neue Kachel mit Pages hier dazu. Ihr könnt aber nicht nur Kacheln hinzufügen, wieder hier dieser Button Homepage anpassen. Da seht ihr, das kennt ihr ja schon, dieses Wackeln vielleicht, wenn ihr ein iPhone besitzt. Wenn ihr hier dann auf das Minus klickt, dann könnt ihr die Kachel einfach rausschmeißen. Also die Kachel wirklich entfernen, ja, will ich, tschüss. Aber ihr könnt, und das ist eigentlich auch noch praktisch, wenn ihr die Kachel woanders haben wollt, könnt ihr hier in diesem Wackelmodus, könnt ihr hier auf Drive bearbeiten klicken und dann könnt ihr sagen, nein, statt dem Drive hätte ich eigentlich hier gerne die Mail und statt den Fotos hier gerne das Drive und so weiter. Also da könnt ihr hundertprozentig nach eurem eigenen Geschmack die ganze Oberfläche einrichten. Fazit, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, Apple hat hier gute Arbeit geleistet. Wird mir auf jeden Fall mehr Spaß machen, ab jetzt mit iCloud zu arbeiten. Braucht logischerweise wie alles ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber insgesamt muss ich sagen, doch, Daumen hoch ist okay. Benutzt ihr die iCloud oder Google Drive oder eine andere Speicherlösung? Schreibt es uns in die drunter-Kommies. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, klickt in die Mitte, um den Channel zu abonnieren. Links und rechts gibt es weitere Videos, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.